Ich bin Hans Weingartner und ich unterstütze Notes of Berlin. Und ich finde, ihr solltet das auch tun, weil das wird ein geiler Film und es ist ein geiles Projekt. Ich finde die Notes of Berlin geil, weil sie halt einfach das Berlin zeigen, das ich geil finde und weswegen ich auch nach Berlin gekommen bin. Das sind einfach die Freaks und die schrägen Leute und die Leute, die verrückt sind und irgendwie diese Energie haben und auch den Mut, so einen Zettel aufzuhängen. Das wird auf jeden Fall ein Film, der auch, glaube ich, extrem witzig werden kann und der auf jeden Fall auch extrem anders ist als alles, was man jetzt im Kino, glaube ich, zurzeit so sieht. Es ist nicht bloß irgendeine narrative Geschichte über kein Drama, über Missbrauch oder Romeo verliebt sich in Julia und die Eltern sind dagegen immer dieselben Strukturen, sondern wird so eine episodische Struktur haben und kann ich mir echt gut vorstellen, dass das geil werden könnte. Deswegen finde ich, sollte man da investieren, weil das ist der neue deutsche Film.